Wir kommen zur 156. Wir kommen zur 156. Sœur Donahals Unique Saga vom 23. April 2022. Vater Sœur Donahal, die Mutter Zoom's Featherlight Snowflake von Zoom, aus der Zuchtenden Besitze von Petra und Michael Bossard Reitner. Sœur Donahal, selbst Hengstleistungsprüfungssieger, Hauptpremium Hengst in Oldenburg, Bundeschampion und 5-jährig Vize-Weltmeister. Er ist derzeit platziert im WBFSH-Ranking der besten Dressurferrer weltweit auf dem vierten Rang und sein Vater Sandrohit führt in diesem Ranking seit langer Zeit. Mutter Zoom's Featherlight Snowflake stammt ab von Zoom, umjubelter Dressur-Reservesieger der westfälischen Hauptkürung 2016 und Training Hengste haben vor allem Junghengstanerkennung. Er legte das zweitbeste Ergebnis bei seinem 14-Tage-Test im Neustadt an der Dossier Aller Absolventen in Deutschland in seinem Jahrgang und überragender Sieger seiner Sportprüfung für vierjährige Dressur betonte Hengste in Letzterhand. Qualifiziertes ist dann fünfjährig für das Bundeschampionat der Dressurpferde. 2020 unter Helen Lange-Hangenberg Mehrfach siegreich im Dressurferde.